Musik 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 Aua! 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 Jamie, es hat Weh, da haben wir sämtliche Knochen gebrochen, wie man sieht. Lass den McDonalds gehen, Alter! Zu! Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, begrüssen. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Halt dich vor! Hallo! Bist du los geworden? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nein, das geht wirklich gar nicht. Also, es hat keinen Kreck. Sag mal, ja. Wir sind jetzt runtergegangen. Ich weiss auch nicht, wo wir kamen. Ich möchte mich nur noch erinnern, dass es ein grosser Böse war. Ähm. Das ist ein grosser Böse, ey. Auf uns zukam. Grosser Schwanz. Grosser Schwanz, der auf uns zukam ist und uns gekitnappt hat. Grosser Schwanz. Das ist schön, dass er das gemacht hat. Alter, Bohrmaschine hoch 10. Und runter damit. Drücken runter. Wie lassen wir das runter? Keine Ahnung. Man muss das Magnetfeld drücken. Du drückst das Knöppli. Drück nochmal. Hat ja vorher auch. Dann nochmal. Hey, lass mal den Profi da an. Ja, sorry. So, natürlich klappt das noch nicht. Jetzt. Weiss. Wieso geht das? Siehst? Dann Achtung. Droh unterwegs. Nein, ich gebe 9. Und. Boom. Und dann ist das Teil. Komm. Wir müssen ein bisschen drücken. Ja was, komm mal. Wenn wir das Teil legen. Hä? Wie bringen wir das hier hoch? Ja. Wie bist du denn hochgekommen? Ah, komm. Jetzt kann ich. Jetzt zeig ich es dir. Jetzt zeig ich es dir. Wo? Hier oben. Da steig ich hoch. Ja. Da darfst du mir gerne helfen. Bei meinem langen, grossen Schwarr. Schwarr. Schwarr? Jalla, Abfahrt. Hey, hey. Hallo. Soll ich schnell das entgegnen? Nein. Nein. Wieso komm ich auch nicht weiter? Warte jetzt mal. So. Das ist zu gross. Jetzt müssen wir das noch drücken. Ist doch egal. Hey. Mach einfach keinen Seif. Und nochmal. Ich wünsche dir viel Spass. Du warst auch eine Leidenschaft. Das hast du nicht selber eingefallen. Mann. Nein. Drücken. Ja. 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 Und jetzt wieder rausreissen. Ja. Wasser. Marsch. Ja. Ja. Das ist alles. Scheisse. Noch mehr Wasserplatz. Kannst du mir jetzt gesellen? Äh. Also habe ich da... Äh. Ein Huch. Ein Huch. Äh. Wir haben Wasserstrahl. Äh. Doch. Nein. Nein. Warte wir müssen wir das anders machen. Wir müssen die Ballette nehmen. Und dann hier vorne nehmen. Und dann steigen wir auf die... Wir bringen die Situationen... Hallo Alter. Steige auf. Und verabschiede mich. Hallo Mann. Däh. Schaffst du den? I don't know. Nein. Oh Mann. Bobbing. Bischmuff. Bischmuff. So. Jetzt nehme ich die zuerst mal als Trockene zu Hause. Mhm. Oder mach Bob auf. Ich muss ja keinen Flip machen. So drauf. Oh shit. Oh. 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 Nein. Hilfe. Ich muss aber nicht wirklich helfen. Nein, Hilfe ist ironisch gemeint. Haha. Haha. Hahaha. Haha. Das werde ich lassen. Lass es aus. Das ist einfach. Hahahaha. Okay. Schiebe ein. Schiebe du mich einfach rüber. Schiebe du mich einfach rüber. So. Aber noch nicht abfahren. Ich werde auch... Hey, hey, hey. Nein, ich habe nichts gesagt. Hahahaha. Ohhhhh! Oh, was? Nein, so digg! Ahhhhh! Das Boot ist wieder weg! Komm, so digg, ja! Komm, schluss! Ahhhhh! Ja! Und dann bei uns heftigwäschstube gibt's sie! Jetzt klatsch nicht so blöd mit deinen grossen Wegen! S-Was haben wir denn da? Ein Führerklotter des Hühnlerschen. Haha, gell! So, was haben wir denn da? Einen Kran-Bagger-LKW-Taktor. Das ist ein Bagger. Also komm, bring mich... Bring mich dort hoch. Dort auf dieses Dach. Das hier vorne. Ja, das hier vorne. Und jetzt wird geschwungen euer Schwingerfest. Geh nach rechts. Das ist schon alles, was ich nach rechts gebe. Dann schau ich mal das an. Hohe, klar, fertig. Ssssssss. Hallo. Ssssss. Ssss. So, da rein. Hobetz und Magnet. Schön für dich. Gell? Also mit diesem Magnet muss ich magnetische Sachen machen. Uuuuuh. Verstehst du? Hi, die beste Comedy. Den brauchst du. Ich hab hier etwas gefunden. Du brauchst du einen Zahn mit einem Rad? Und was hast du gefunden? Ich bin in einer Mülltonne, die sich nicht bewegen lässt. Der, den du angehörst. Ich bin beim Ausgangstor mit meinem Zahnigerad. Scheiss, ich bringe die Action nicht auf. Wo bist du? Schau auf der Map! Was sind die Hände? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ein Zeh! Wie ein Zentimeter! Wollen wir nicht abonnieren, wenn sie es noch nicht machen? Auch mein Bein! Das ist Zeh! Das ist Zeh! Zeh! Würdest du den Knopf drücken? Ja, roter Knopf! Eine Hand schon drückt! Nimm du das Zeh mit! Nimm du das Zeh mit! Wie liegt das Zeh mit? Nein, wegen dem musst du das nehmen. Das ist eine Subway Station. Hier ist nichts. Eine coole Subway Station. Immerhin eine Subway Station. Okay. Hier hat es Schienen. Und oben hat es eine riesige... Schienen! Jamie! Das heisst, sie ist ja noch gekommen. Ja, ich habe gerade gesagt, dass sie es lebt. So, Cedric! Welcome to my... RIPTLE! Oh! Ein super Ding, Stas! So, willst du mit dem Zug fahren, Cedric? Jetzt gehen wir rein. Nein! Das darfst du nicht! Nein, das habe ich! Ich halte dich fest! Zu, zu! Ich halte dich fest! Ich halte dich fest! Hahahaha! Halleluja! Ich fahre mit euch! Soll ich das Mastel einfach unfassbar? Kann man nicht fassen? Es ist wirklich unfassbar. Weil es eben nur so komische Menschen können das fassen. Ja, gut sind wir ja nicht. Also, von dem haben wir ja kein Problem. Haben wir ja kein Problem? Ja. Was hast du da für eine Leitung zwischen dabei? Ein ganz Ding! Oh nein, nicht ans Roten! Nein, nicht ans Roten! Nicht ans Roten! Was hast du da für ein Problem, Alter? Lass mich an! Nicht ans Roten! Ich mache es auf jeden Fall nicht so. Flau ist der richtige Frag von der Welt! Richtig und richtig! Verdammt, klick dich doch! Okay, und zweitens Kabel rein! Und zweitens Kabel rein! Und zweitens Kabel! Yeah! Okay, jetzt we take this! Und das wird doch fest gemacht. Und so habe ich das verstanden, müssen wir das jetzt so einrichten, dass wenn ich jetzt hier mache, schau! Jetzt zeig dir das nach hier oben! Und was ist da oben? Glas! Okay, und jetzt reissen wir hier die Pempel raus! Ähm, weißt du? Dann reissen wir halt andere Pempel raus! Und! Schwach! Hä? Hä? Achso! Jetzt müssen wir es umgekehrt einstecken, weißt du? So! Umgekehrte Kraft! Und! 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 Ich kriege den Laden! Das! Und! Ja! Ja! Ich bin einfach schlau! Kannst du das dritte Mal sagen, dass ich schlau bin? Ich hätte gewusst, dass er schlau ist. Hey! Ihr habt es doch schon erst gehört! Geht unbedingt nicht groß auf Weissmeter! Äh! 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 Töch dir helfen! Komm! Ich bin nett! Ich bin nett! Auch wenn ihr noch nicht wisst, ich schneide das Video jetzt! Auch wenn das Kassi-Akt wird und ich natürlich bezahlt werde dafür! Ich helfe es jetzt schon mal! Er wird bezahlt mit Bratis! Er wird mit Bratis! Ich habe zuhause! Ich habe zuhause! Wieso hast du Bratis zuhause? Ich habe zuhause! Hey Cedric! Wieso hast du eigentlich Bratis zuhause? Ich habe dir die inneren Mutter geklaut! Ich habe... Ich muss... Weisst du... Er könnte nachher vorbei und dann... Weisst du... Ich bringe ihn... Und dann schneide ich was! Weisst du... Weisst du das... Also du kannst mit... Ich habe einen Zitronenbrat... Bratis mitbringen! Ey! Dann kann ich ja während dem Schneider noch ein bisschen gut etwas trinken... Also... Kann ich auch Bier mitbringen? Zitrone oder Pfirsich? Zitrone... Äh... Wie meinst du Zitrone oder Pfirsich? Mögen sie Zitrone oder Pfirsich? Es kommt auch darauf an... Manche sind Zitrone besser... Aber die Toiletschin habe ich auch enttrunken... Ohne Witz... Da war Zitrone kotzgeräusig... Und Pfirsich ist einfach gut gewesen... Ja, der muss von *** sein... Hey, hallo! Das... Das schneidst du raus! Ohne Witz! Das ist jetzt nicht wegen mir! Das musst du rausschneiden! So... Jetzt haben wir den Magneten hier oben auch noch platziert... Und jetzt... Mache ich... Knöpfchen drücken... Und es passiert nichts... Ich muss doch zuerst auch noch... Dann fahre ich das hier runter... Hey! Hallo! Ich muss dich einhängen... Ähm... Sorry, 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 sorry! Hallo! Ich lasse mich gehen! Sechs! Drei! Eins! Zwei! Ah! Nein! Ei, 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 mehr... O I oi... Also das ist die stabilste Brücke... ...sindlich, die ich gesehen habe, das ist... oi... methy... Was haben wir dann hier...? Ein grosser Schrank? Ich mache hier Bretts... Und du gehst in da drin suchen... Ein Brett-Pitt?! Also, ich muss Brad Pitt jetzt zusammenarbeiten. Die beiden nicht schon immer mit Brad Pitt zusammenarbeiten wollen. Eins in den Chat. Oh fuck. Ähm... Ah, fe... Ich weiss nicht, was ich hier gerade mache. Aber... Okay, und tschüss. Ah! 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 Ich komm doch rein, komm schauen. Ich gehe mit diesen Kisten hier mal rein. Auch wenn ich sehr hohes Risiko habe, einfach zu verrecken. Ah, ich... Das Level ist ja so magneto-mässig angebucht. Die Teile da draufstellst. Und dann den Magnet anmachst und dann passiert... Ah, da kannst du nicht höher. Okay, drück mal den... Ah nein! Ah da! Oh fuck! Hehehehe! Hehehehe! Ufff, Alter! Ähm... Kann ich mal bei einem anstehen? Da, da, da! Das können wir! Das machen wir! Das machen wir! Drei, zwei, eins! Au! 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 Der hat... Ganz übel geschoben. Schaffst du es? Warte, ich helfe dir! Uah! Uah! Hahaha! Okay! Warte, ich kann... Hallo! Mach mal an! Mach mal an! Uah! Hieee! 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 Alter, das stört jetzt dein Mikrofon nicht! Also, jetzt müssen wir aber auf jeden Meister drauflegen, oder? Okay, dann lass mal die Metallblöcke holen! 2.000 Jahre später! Jetzt musst du nicht dran kommen! Hieee! Cendrik! Jaime! Hieee! Cendrik! Das könnte kompliziert werden! Aber wir schaffen das, weil wir sind... Krassisieren! Cendrik! Ja, wir nicht mehr bewegen! Ich schaff das! Ich schaff das! Ja! Ich hole den Sieg! Ich hole den Sieg! Ich hole den Sieg, Cendrik! Ja! 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 Cendrik! Mach die Augen zu! Mach die Augen auf! Hey! Oh! Hey, wie haben wir denn das jetzt geschafft? Das ist doch... Ja, ich mach mal! Ich mach mal! Ich mach mal! Cendrik! Du unterstellst schon wieder... ...einen Cutter... ...eine Sachen! Und man unterstellt dem Cutter keine Sachen! Wie der Cutter... Cutter wird das Video! Und dann kann das dann rausschneiden! Ich könnte jetzt alles... Der Cutter ist zu blöd, um das Tor zu öffnen! Ich könnte dich jetzt alles sagen lassen, was ich möchte, weisst du? Abonniert, wisst, schopf! Hey! Ah! Was, Alter! Was hast du jetzt gemacht? Hey, vielleicht ein Schwarzbild! Häh! 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 Lauf die Aufnahme noch! Sie läuft noch! Häh! Das muss so, Alter! Muss das so? Ich weiss ja nicht! Ich sehe nämlich etwas! Und du wirst es dann in der Aufnahme sehen, wenn du schneidest! Ich habe ein schwarzes Bild! Ich wünsche euch noch einen ganz geilen Tag! Danke! Giss jetzt das Video, Alter! Es sind Jockey, Alter! Also, in dem Fall ist es... Das ernst! In dem Fall ist es das mit dem Video! Ich wünsche euch einen schönen Tag! Und auf Wiedersehen! Ich freue mich, auch! Bye! Und... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.